Moin, ich bin Abriss Birne, der Bassist der bekannten Hamburger Punk-Runk-Band Knupp. Wir sind für diese Eisberg-Challenge nun nominiert worden und irgendwie sind wir Punk, also dagegen. Also, nicht, dass ihr mich falsch versteht, wir sind nicht dagegen, dass jemand für einen guten Zweck spendet. Das ist immer toll, ja, aber dass alle den gleichen Preis machen, nein, da sind wir dagegen. Deswegen machen wir die Challenge auf unsere Art. Gut, also, hm, Wasser, fließend Wasser habe ich nur auf dem Dach, weil ich sowieso kein Wasser mache. Was bleibt übrig? Eis. Eis habe ich. In der freundlichen Pentagramm-Form. Das ist gut, aber was nehmen wir jetzt statt Wasser? Ein Bier. Die Kurve singt und tanzt für dich, eine Pulle, Astra, auch für mich. Man könnte sagen, ein Bier im Stadtpark. Okay, ich öffne mal. So, das Ganze auf den Kopf. Machen wir doch machen. Ach, jetzt habe ich auf dem Kopf und in den Kopf verwechselt. Kann ja mal passieren. Passieren. Nominieren. Ich nominiere Captain Heddock, die Bienen Maja und den Eiffelturm. Danke. Prost.